Herzlich Willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Ammersreiter. Viel Spaß! So, wieder ein kleines Rätsel für euch, auch ein sehr bekanntes Lied. Jetzt wisst ihr ja wie es geht. Ich spiele mal kurz den Anfang, vielleicht kommt ihr schon auf alle Ideen. Hm, wer kann das erraten? Gleich gibt's die Auflösung im nächsten Video.